Hallo Freunde der Warmwasserbereitung. Ihr seht hier eine Warmwasserwerbepumpe von Ochsner und hier seht ihr einen 785 Liter Trennspeicher-Tank, Vorratstank. Und zwar habe ich ja das Video veröffentlicht mit der Gasheizung bzw. Solarthermieanlage, die bei uns an der Gasheizung montiert war. Und als ich dieses Video gemacht habe bzw. die Auswertungen dazu, da haben sich bei mir sehr viele Fragen gestellt, wie es denn zum Beispiel sein kann, dass jetzt wo das Warmwassersystem an der Gasheizung nicht mehr angeschlossen ist, wie kann es da sein, dass im März mehr Gas verbraucht wurde als vorher, als die Warmwasserbereitung noch mit drin? eingebunden war und natürlich dieser Wassertank eingebunden war. Und genau an diesem Teil, da findet man die Lösung. Ich habe jetzt leider noch nicht alle Kommentare zum letzten Video lesen können. Ich bin mir aber sicher, dass der ein oder andere drauf gekommen ist, dass ich ja nicht so einfach jetzt diese Bewertung durchführen kann. Ich nehme es vorne weg, vielleicht beantwortet das schon die Frage eines einzelnen Zuschauers. Dieser Trennspeicher hat ja innen drin nochmal Trennwände bzw. auch die Heizschlange. Wir haben hier Wassereingänge, wir haben zwei Kreisläufe für die Heizung und wir haben natürlich auch den Anschluss der Solarthermie. Und wie kann es jetzt zum Beispiel sein, dass im März der Jahre zuvor der Gasbezug tiefer war, als die Solarthermieanlage noch in Betrieb war, als jetzt, wo die Solarthermieanlage bzw. das Brauchwassersystem außer Betrieb ist. Und das hängt damit zusammen, dass im März der Kessel durch die Solarthermieanlage schon weit über die 60 Grad aufgeheizt wurde. Woher weiß ich das? Hätten wir den Verbrühungsschutz damals nicht eingebaut? Das war mir nicht am Anfang, als wir die Eingesorgen sind, vergessen worden. Und wir sind in den Monaten duschen gegangen und haben uns fast die Haut verbrannt und haben uns gewundert, warum unser Brauchwasser so heiß ist. Ich musste damals mich fast auf kalt stellen, um überhaupt duschen zu können. Wir haben es dann relativ schnell herausgefunden und wir haben diesen Verbrühungsschutz einbauen lassen. Das ist der Grund. Das heißt, im März haben wir viele Sonnenscheinstunden im Monat und natürlich auch höhere Temperaturen. Und dann ist es schon phänomenal, was über eine Solarthermieanlage für Wärme produziert werden kann. Und das wird natürlich in diesem Kessel gespeichert. Automatisch wird das Ganze, das war ja damals eingepackt und isoliert, automatisch erwärmt sich ja das Ganze Innenleben. Und dadurch ist es natürlich so, dass sich jetzt der Heizkreislauf, der damals im Betrieb war für die Heizung, Heizung der Wohnräume, dass der sich mit aufgewärmt hat tagsüber. Und in dem Moment hat natürlich bei kalten Tagen noch im März, viel Sonne, aber kalte Tage, haben wir natürlich auch viel weniger Gasbezug gehabt, um unsere Räume zu beheizen. Und so kamen diese merkwürdigen Werte, die ich damals in dem Video vorgestellt habe, zusammen. Ich habe auch erst mal ein paar Stunden drüber nachdenken müssen, wie das denn sein kann, weil ich im ersten Moment gesagt habe, es kann doch nicht sein. Ich kann doch jetzt heute nicht mehr Gas verbrauchen ohne die Warmwassereinbindung wie vorher. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, ja, die Solarthermieanlage fördert mir natürlich auch oder reduziert mir natürlich auch dann den Gasbezug für die Räumlichkeiten zu erwärmen. Und diesen Effekt haben wir jetzt nicht mehr. Darum ist der Gasverbrauch letztes Jahr, als die Warmwasserversorgung abgebunden war, nach oben gegangen. Und diese Werte muss ich jetzt in meine Berechnungen mit hineinsetzen, um später bei der Auswertung der Warmwasserwärmepumpe, wie viel Ersparnis oder Erträge ich jetzt tatsächlich habe, um die mit reinrechnen zu können. Weil ich will ja später wissen, was lohnt sich am besten oder wofür sollte man sich eher entscheiden. Eine Solarthermieanlage auf dem Dach oder eben eine Brauchwasserwärmepumpe mit oder ohne PV-Anlage, natürlich immer besser mit PV-Anlage. Und ich hoffe, dass ich mir, oder dass ich dieses Jahr noch jede Menge Erkenntnisse dazu gewinnen kann. Denn es ist ja auch so, dass wir im Sommer irgendwann, es steht noch nicht fest wann, die Gasheizung demontieren. Und wir bekommen für die Raumbeheizung nochmal zusätzlich eine Wärmepumpe installiert. Und ich hoffe jetzt, dass das nicht vor Juni geschieht, weil ab Juni die Heizung abgestellt wird und ich da sowieso keine Referenzwerte mehr feststellen kann. Aber ich werde auch jetzt hier am Ball bleiben und werde nochmal versuchen, das ein oder andere an Erklärung für euch dann zu ermitteln und euch das dann auch präsentieren. Verzeiht es mir jetzt bitte, dass ich euch das jetzt heute nicht vorstellen kann. Ich bin jetzt auch noch Mitte in der Geschichte, in der Berechnung für die Warmwasserwärmepumpe, für die Ersparnis und ich melde mich aber diesbezüglich sofort, wenn ich hier euch Neuigkeiten oder irgendwelche neue Erkenntnisse gewonnen habe. So, Patrick, was hast du da jetzt vor? Ah ja, mal deine Wärmepumpe mal überwachen. Was willst du machen? Ja, deine Wärmepumpe mal überwachen und mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was rausholen können. Ich sag's dir, wenn wir kein warmes Wasser mehr haben, du musst nachts anrücken. Das ist kein Problem. Kalt duschen, macht die müden Knochen munter. Das heißt, du willst jetzt tatsächlich nur dein Laptop mal da dranhängen oder was ist das da? Das ist eine Hausautomationssteuerung. Eine Hausautomationssteuerung. Und das musst du jetzt bei mir installieren oder was? Genau, das hängen wir mal hinten an die Wärmepumpe dran und dann gucken wir mal, was sie macht. Das ganze Teil hier? Das ist der Miniserver und dann ist da noch so eine Modbus-Extension und deine Wärmepumpe hat ja Modbus-Anbindung hinten. Dann können wir gucken, was die macht und können da auch vielleicht sogar Überschuss gehen von der Photovoltaikanlage, wenn der Speicher voll ist. Okay. Ja und das Ganze, was ich jetzt hier sehe, das nimmst du jetzt raus und hängst es da hin an die Wand oder was? Ja, mal gucken wir mal, wie wir das machen. Aber wir brauchen dann nicht Zwecke in der Nähe. Du weißt, dass ich davon keine Ahnung habe, ne? Ja, normal. Okay. Gucken wir mal gerade mal fest. Die man graben vorne an die Fritzbox und stellt den Koffer nebendran. Mal gucken. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, was du jetzt machen willst. Du gehst jetzt hin an die Modbus-Schnittstelle von der Warmwasser-Wärmepumpe. Genau. Und da hängst du jetzt erst mal nur einen Stecker dran und verbindest mit dem und guckst, was er macht. Ja. Die läuft gerade. Ja. Kann ich das sagen. Aber was er läuft, auf den Heizstab reingeht, wie viel Grad wir haben und so weiter, das kann man alles auslesen. Okay. Was können wir oben, wie viel Grad wir haben, wie viel wir unten haben, wie viel wir in der Mitte haben, das können wir alles auslesen mit der Modbus-Schnittstelle. Und man könnte ihm sogar später noch sagen, wie viel Überschuss wir haben, wo er dann anfängt, die Last genau stufenmäßig, den Heizstab kann er zuschalten. Ist mir alles ein bisschen abenteuerlich. Ist doch immer alles neu. Ja klar, alles was Neues ist echt mal abenteuerlich. Und ans Hauskraftwerk muss ja dann aber auch was angeschlossen werden. Nö, wir gehen nur an dein Netzwerk. Und dein Hauskraftwerk hängt ja im Netzwerk. Und da lesen wir die Daten über den Modbus aus. Okay. Das heißt, die Verbindung, dass sie gesteuert wird. Genau. Wir müssen ja nur auslesen, was die jetzt gerade macht. Okay. Wie viel Überschuss wir haben und so. Also ich vertraue dir, mach einfach mal. Ja. Das heißt aber auch, du musst dich dann beim E3DC ins Netzwerk mit einfinden, oder? Ja, ganz normal bei dir aufs Hausnetz. Und da hängt ja auch der E3DC drauf. Mal gucken, ob wir so Daten rauskriegen. Oder ob ich dann noch ein kleiner Raspberry Pi fertig machen muss. Wir gucken erst mal die Daten nur, was man über Modbus halt kriegt. Ob wir damit zurechtkommen vom E3DC. Ansonsten muss ich ein kleiner Raspberry Pi fertig machen. Und dann über RSCD die Daten auslesen. Das ist auch noch als Überbleibsel da der Speicher. Den kannst du hauen, kannst du direkt mitnehmen. Ich suche noch jemanden, der mir den rausholt. Das ist ein Schwertensding. Und vor allen Dingen, der passt gerade so durch die Tür durch hier. Okay. Ich muss sie hier auch noch fertig fließen, bevor die kommen, mit dem Pfeil hinstellen. Ja, du brauchst jetzt eine Wärmepumpe ein oder was. Ja. Auch die von Ochsner. Ochsner. Ist das jetzt ein spezielles Adapterstipp für die Wärmepumpe oder ist das ein ganz normales Stecker, die Verbindung? Das ist ein normales Netzwerk. Und da haben wir jetzt auch wieder die Situation mit Tipp A, Tipp B. Mhm. Was ich jetzt selbst mache, entscheide ich selber, was ich mache. Du musst dir nur auf der gleichen Seite wieder das Gleiche machen. Ja. Das weißt du. Mhm. Ja. Ja, ja. Mach du nur. Was ist jetzt daran neu, was du da gemacht hast? Weil du warst ja doch schon öfters mal angebunden. Weil du sagst, du hast das jetzt extra neu entwickelt oder irgendwie propagiert. Das Energiemanagement, was ich ja gezeigt habe, das ist neu. Also das hat wir Warners noch gar nicht eingebaut. Nee, nee, das kam ja erst letztens die Software dafür. Kam dann mit einem Update. Ja, hast du noch die Ochsner-Bedingungsanleitung? Du weißt ja, mit Bedingungsanleitung haben wir es nicht so. Und Licht. Ja, Tom, des Smart Air Systems, grüße. Der Kunde hat sich ja eben gerade gemeldet gehabt. Ist der S10X18 noch da? Ah gut, super, den nehmen wir dann. Schicke ich schon nachher draus. Das hättest du mir mal früh sagen können, dass du die brauchst. Ich hab sie wohl schon entsorgt. Müssen wir uns die aus dem Internet runterladen. Kein Problem. Ich glaube, ich hab's. Ich brauch Beweismittel. Beweismittel. Einmal. So. So. Einmal. Lass mal laufen. Können wir jetzt hin ins Büro gehen? Auch noch. Für der PC gibt's auch eine App dann? Ja, kannst du per Webhose aufmachen. Das noch mal. Ja.